Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Diabolf20. Ja, willkommen zurück. In der letzten Folge waren wir im Neta und haben fast alles bekommen, was wir gesucht haben. Leider, 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 huch, fehlte uns folgendes. Uns fehlte, na, will die Kuh wohl hier bleiben, fehlte uns noch zwei Kobalt, die ich gleich schnell noch eben besorgen werde aus dem Neta. Ich hoffe, dass wir das relativ zügig hinbekommen und ja, mal gucken. Dann, wenn wir die zwei Neta, die zwei Kobalt im Neta gefunden haben, so rum, dann können wir raus hoffentlich einen schönen, schönen Hammer bauen, den wir dann benutzen werden. Und zwar direkt im Anschluss ein Livestream, wo wir farmen gehen werden. Also, Rohstoffe farmen im Livestream. Hier, Anschluss an diese Folge, für natürlich diejenigen, die natürlich direkt hier auch die Folge natürlich an dem Tag gucken, wo sie rauskommen. Ansonsten macht das natürlich recht wenig Sinn. Ansonsten, da habe ich doch vorhin noch ein kleines Loch gesehen, das füllen wir da mal mit auf. Ansonsten natürlich kann man sich den Livestream wahrscheinlich dann auch auf YouTube wieder angucken, logischerweise. Für alle diejenigen, die das Let's Play vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt gucken. Zwischen dieser und der nächsten Folge wird also eine Livestream-Folge herrschen, wo wir ein wenig farmen. Und dann müsst ihr einfach mal auf YouTube gucken, dass ihr da dann den Stream auch findet, hoffe ich zumindest. Gut, ich habe ein bisschen Steaks uns gemacht und ein bisschen Chicken, damit wir das gleich mit auf unsere Reise in den Neta nehmen können. Zum Essen halt, logischerweise. Und ich glaube, ich nehme noch ein paar von denen mit. Und dann geht es auf rüber. Etwas Kobalt suchen. Das müssen wir uns dann gleich einschmelzen. Aber erstmal gucken, dass wir das finden. So, schauen wir mal. Kobalt, Kobalt, wo bist du? Da will ich jetzt nicht nochmal lang laufen. Ich gucke mal, wie es der Weg denn hier so vielleicht zulässt. Ob wir vielleicht da lang kommen? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Hier sieht es nicht ganz gut aus. Und hier hinten rum, wie sah es da denn aus? War da irgendwie ein Durchgang oder so? Ich sehe auf jeden Fall auf der Seite, also wenn ich jetzt in diese Richtung gucke, auf der Map, da müsste es eigentlich auch eine Ebene geben. Ansonsten überlege ich mir vielleicht, ein bisschen weiter hier vielleicht, einen Durchgang oder so zu starten. Das könnte man ja eigentlich fast mal machen. Das heißt also, ich fange einfach mal an an dieser Stelle und grabe mich einfach mal durch. Eventuell haben wir sogar Glück, dass wir bei diesem Durchgraben schon etwas Kobalt finden. Wobei ich noch nie, ähm, noch nie Kobalt oder Adride, äh, Adride gefunden habe, wenn ich mich nur irgendwo nochmal durchgebuddelt habe. Meistens liegen sie echt nur an der Oberfläche. So, können wir weitermachen. Darauf muss man natürlich auch aufpassen auf diese Lava, die hier zwischenzeitlich immer noch sitzen kann. Aber mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Basteln wir uns hier einfach mal eben schnell einen Tunnel. Denn, äh, wie gesagt, da hinten über diese ganzen Aschenwolken, wo wir letztes Mal langgelaufen sind, der letzten Folge, da will ich nicht nochmal langlaufen. Deswegen nutzen wir jetzt hier einfach mal hier die Abkürzung durch den Berg. Und gucken mal, wo wir hier sozusagen auf dieser Seite treffen werden. Ich hoffe auf etwas Kobalt. Das wäre natürlich jetzt peinlich, wenn wir jetzt hier 10 Stunden wiederum nur im Neta verspringen werden und, äh, kein einziges Kobalt finden. So, wie sieht es jetzt aus? Theoretisch müsste ich doch jetzt eigentlich hier sein. Ich guck mal, vielleicht muss ich hier nochmal, finde ich hier vielleicht einen Ausgang. Sieht auch nicht gut aus. Dann mach ich mal wie folgt. Ich grabe mich mal hoch. Vielleicht, äh, bringt das ja was. In die Höhe soll es gehen. Ah, gucken wir mal. Kommen wir hier vielleicht so raus? Ich weiß es nicht. Das sieht doch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wir haben es geschafft. Wir sind draußen. Und da sehe ich sofort schon mal AdWrite. Natürlich. Wie kann es auch anders? Einer Augenblick. Ich mach mal ganz kurz hier einen Zwischenpunkt. Nur damit wir wissen, äh, wo der kann immer ganz kurz removed werden. Den kennen wir ja schon. New. Und dann machen wir mal, ähm, äh, haben wir mal Home. Und machen wir so eine Art File. Home File. Save. Was soll sagen. Ah, okay. Ich weiß ungefähr, da soll es dann. Also das ist sozusagen Wegmarker, dass wir da wieder zurückfinden. Der File zeigt jetzt aber auf der Karte natürlich in die falsche Richtung. Hätte erst den Pfeil machen müssen und dann Home. Aber na gut, ist auch egal. Können wir auch so lassen. So, wo haben wir jetzt ein bisschen... Wo haben wir jetzt Kobalt? Das ist jetzt die gute Frage. Ich werde mal hier ein bisschen rumgucken an den Wänden. Eventuell haben wir ja ein bisschen Glück. Ein wenig... Wir finden nur Adrite. Das kann doch fast nicht sein. Schon wieder. Irgendwo muss doch hier auch Kobalt sein. Das kann doch jetzt nicht hier alles... Alles wirklich nur Adrite. Das ist doch... Ist doch fast schon zum Heulen. Hier haben wir auch nichts. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Da sehe ich schon wieder Adrite. Das ist ja auch hier wohl wieder wie Sand am Meer. Wie Sand am Meer findet man das. Aber das, was man haben will, das findet man wieder mal nicht. Typisch. Typisch. Das ist typisch. So, da unten sehe ich schon wieder... Wenn ich es richtig gesehen habe, eine ganze Menge Soul Sand. Und eine dicke Spinne. Da sollten wir vielleicht nicht langlaufen. Gucken wir nochmal vielleicht hier an den... Anderen Wänden. Hier sehe ich auch nichts. Vielleicht... Ach man. Diese Fledermäuse. Haben wir hier noch ein bisschen was vielleicht? Hier sehe ich auch nichts. Da sehe ich wieder Adrite. Da. Hm. Das kann doch nicht sein. Hier muss doch irgendwo Kobalt sein. Da. Da oben. Ah. Habt ihr es gesehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das kann man auf YouTube schlecht sehen. Aber jetzt kommen wir ein bisschen dichter ran. Ja. Da ist Kobalt. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. So. Einmal hocharbeiten zum Kobalt. Bitte. Aber fix, fix, fix. Da ist es. Und wir hoffen, dass einfach zwei da sind. Wir hoffen es... Nein. Sag nicht, dass du alleine bist hier. Ach. Das ist doch nicht normal. Komm. Irgendwo müssen wir noch was finden. Eins haben wir schon aufgespürt. Da werden wir auch noch ein zweites aufspüren können. So. Augen auf. Und irgendwo wird es schon sein. Irgendwo werden wir hier noch einen Kobalt finden. Okay. Da hinten kamen wir eigentlich mehr oder weniger weg. Das heißt, ich werde mal versuchen, trotzdem weiter in dieser Richtung noch ein bisschen zu gucken. Äh, eventuell könnten wir auch mal hier reinlucken. Ob wir da vielleicht was finden. Äh, hier sieht es aber nicht gut aus. Ich gucke trotzdem nochmal rein. Nee. Hier ist nix. Schade. Es sind wir mal ganz kurz das Chicken schon mal. So. Wow. Hallo, Garst. Und wir haben keine Fernkampfwaffe dabei. Nein, 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 nein. Wirklich? Ja, genau. Hau einfach mal ab. Hau einfach mal ab. Na, komm. Yes. Na. Wer kann es noch? Wer kann es noch? Der C-Tag, der kann es noch. Der schießt einfach mal einen Garst einfach so ab. Indem er ihm einfach seinen Feuerball zurückschickt. Und guckt mal, was wir gefunden haben. Eine Gasträne. Hahaha. So finde ich das gut. Aber wisst ihr was? Ich will lieber einen Kobalt noch haben. Lieber noch einen Kobalt haben. Und den Hammer bauen. Weil dann können wir wenigstens mit dem... Oh, das ist noch eine Gasträne. Zwei Gastränen. Nützt mir trotzdem nix. Ich will einen Kobalt haben. Ich will noch einen verdammten Kobalt haben. Und dann bin ich zufrieden. Dann bin ich hier zufrieden. Dann gehe ich hier erstmal... Erstmal wahrscheinlich... Nicht so schnell wieder hierher. Aber wer weiß. Aber erstmal dann mit einer besseren Rüstung. Oder mit irgendwie was, wo wir fliegen können mit. Damit wir auf jeden Fall... Och ne, ne. Wirklich? Really? 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 Kann doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. So, dann gehe ich doch dabei und sammle mir die auch noch auf. Und guck hier noch ein bisschen. Da sehe ich auch nichts. Hier ist auf jeden Fall eine Aura Node. Aber wir haben leider auch nix zum Scannen. Da ist Adrite. Natürlich ist hier Adrite. Und da ist Kobalt. Ich sehe Kobalt. Oh, und das ist noch mehr Kobalt. Oh, ja, 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 ja. Ich habe damit, Herr damit. Alles Herr damit. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Gibt das her. Gibt es her. Oh, da wäre ich fast runtergesprungen. Wäre ich aber auch nur fast. Wo kann es eigentlich für ein Slime? Aber der scheint ein bisschen weiter weg zu sein. So, gucken wir. Da ist nichts mehr. Okay. So, egal. Gibt es her. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. I'm sorry. Aber das musste jetzt leider sein, damit wir den Hammer bauen können. Ich bin immer noch am überlegen, aus was ich ihn genau baue. Also mit was für einer... Was für einer Konstanz, sozusagen. Und ich dachte mir, wir müssten eigentlich wirklich Sormium bauen. Problem ist aber gerade, wir mussten hier hoch, ne? Wir sind da jetzt runtergesprungen. Dann baue ich mich mal ganz kurz hier hoch. Ähm, ja. Sormium wäre ganz gut, glaube ich. Bäh. Blöde Feuerpflanze. Die sind ja auch ein bisschen blöd. Hey, das heißt also, theoretisch gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, dass ich uns, ähm, eine Stadt suche. Und dass wir, wenn wir Glück haben, dort, äh, Sormium drin finden. Bin ich jetzt zu hoch? Ich bin, glaube ich, zu hoch, oder? Kann das sein? Das kann nicht sogar gut sein. Das ist, glaube ich, sogar so. Ich bin, glaube ich, sogar viel zu hoch, oder? Na, komm. Autsch. Falle ich mal ein bisschen runter. Oder habe ich diesen Stein hier übersehen das letzte Mal? Ne, da. Doch, da kam raus. Ne, oder? Doch, da kam raus. Den Stein habe ich vorhin übersehen, den, den Dings, den Totenstein. Hm? Okay. Oh. Schandladefehler. Genau neben unserer, neben unserem kleinen Tunnel. Hm. Da kann man mal reingucken. Aber doch, in dem, in dem Dings, da, seht ihr? Da ist, äh, da ist Erdright drin. Also scheinbar kann es auch innerhalb der Dinger spawnen. Oh, ich hoffe nicht, dass, oh, ich glaube nicht, dass der Schandlade... Oh, gut, gut, der ist nicht, der ist nicht bis zu unserem Portal gekommen. Ich wollte nämlich gerade sagen... Ah, okay, das ist jetzt aber ein bisschen cheaty, da zu gucken, dass da noch Kobalt ist. Aber wisst ihr was? Weil wir es so gut gebrauchen können. Aber auch nur, weil wir es so gut gebrauchen können. Werde ich mir das noch eben schnell holen. Aber auch nur, weil ich es gebrauchen kann. Aber auch nur deswegen hole ich es mir. Ja? Nicht, weil man es hier gerade so schön sehen konnte. Ah, nein, 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 nein. Okay, wie komme ich jetzt bloß hier wieder weg, ist die andere Frage. Ich glaube, ich grabe mich hier einfach raus, oder? Äh, was ist denn jetzt über mir noch ein Block, oder was? Egal, machen wir es so. Also, ich komme hier schon wieder raus. Keine Angst, keine Angst. Das kriegen wir hin, da kriegen wir hin, auch mit solchen Schankladefehlern. Das funktioniert alles wunderbar. Man muss einfach nur etwas Geduld haben. Jetzt haben wir sogar noch Gastränen gefunden, was auch nicht schlecht ist. Ähm, kommt man ja auch nicht so schnell gleich direkt am Anfang ran. Wir haben aber welche. Wir haben welche. Hm, perfekt. So, das heißt, das kann ich mal alles ganz kurz da reinpacken. Das da rein, das da rein. Dann gucken wir da mal ganz kurz eben drüber. Wir haben sieben Kobalt Ohr. Wir haben zwölf Adride. Nice. Und, äh, woraus machen wir jetzt im Prinzip unseren Hammer? Hm, da muss ich jetzt mal echt überlegen. Also, eine Adride-Platte, schätze ich mal. Ein Kobalt Head. Und, äh, woraus machen wir die letzte Platte? Also, wie gesagt, eigentlich würde ich ganz gerne Zornium nehmen. Dafür bräuchte ich aber dann erstmal ein Bookshelf und, äh, und beziehungsweise... Ach, ich brauche noch eine ganze Menge Eisen, fällt mir gerade auf. Hm. Ach, ist das auch noch gerade dunkel geworden? Ich glaube... Ich glaube, wir werden gleich mal ganz kurz eben schnell ein bisschen, äh, ein bisschen Zuckerrohr sammeln gehen, oder? Ich glaube, das ist die, die sinnvollste Möglichkeit, die wir gerade machen können. Ähm, ja. Wir gehen mal ganz kurz eben schnell etwas Zuckerrohr farmen. Ich glaube, hier ist schon fast der beste, beste Weg dafür, indem wir einfach mal hier an dem Wasser vorbeigucken, ob wir da was finden. So, oh, hier sitzt auch noch ein kleines Höhlen-System. Da könnte man theoretisch noch gucken, ob wir in der Folge dann, beziehungsweise im Livestream dann, äh, ein wenig, äh, ja, Erd zu finden. Das könnte doch schon Zuckerrohr sein. Da könnten wir doch schon ein wenig was abfarmen. Wir brauchen ja nur so viel, dass wir, dass wir, äh, das ist ein bisschen grüner als sonst, oder? War das sonst nicht etwas gelber? Ich hätte das ein bisschen an irgendwie eine andere Farbe in Erinnerung. Hm. Kann natürlich das 32er-Pack so ein bisschen, äh, ein bisschen anders eingefärbt sein. Das kann durchaus, äh, durchaus passieren. So, ich gucke nochmal, ob ich hier noch ein bisschen mehr finde. Denn sechs reichen mir definitiv nicht, für das, was ich vorhabe. Oder wir machen, wie gesagt, einen Papierkopf, ähm, beziehungsweise eine Papierplatte. Problem, was wir damit haben, ist, äh, wir haben nicht so viel Haltbarkeit. Hm. Und wir brauchen am Anfang eher die Haltbarkeit, wobei, naja, doch, wir brauchen am Anfang erst eher die Haltbarkeit. Hier haben wir noch ein bisschen Zuckerrohr. Sehe ich noch irgendwo ein bisschen was. Irgendwo. Etwas Zuckerrohr. Vielleicht. Oh, guck mal, hier ist sogar schon so ein großer Wald mit, mit großen Bäumen. Hm. Eventuell könnten wir das Ganze hier hinbauen. Ach, kamen wir nicht hier sogar weg? Ich glaube, hier kamen wir sogar weg, ne? Aus dieser Richtung. Hier haben wir nämlich, glaube ich, äh, gegraben. Ja, ich kann mich dran erinnern. Okay. Dann lasst uns mal hier wieder, doch wieder Kehrtwendung machen. Und, äh, wieder zurück nach Hause. Wo ist denn überhaupt zu Hause? Hä? Einen Augenblick. Journey Map raus. Und... War mit unser, unser Waypoint dann nicht angezeigt? Wo ist unser Waypoint hin, bitte? Mein Waypoint ist weg. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Schon wieder hier. Diese, diese bösen, bösen Waypoints. Die verschwinden einfach immer wieder. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Immer mal wieder, dass irgendwelche Waypoints verschwinden. Aber ich weiß ja zum Glück, wo ich herkomme. Aber dementsprechend, äh, wird es mir wohl ein leichtes sein, mein Zuhause wiederzufinden. Gut, dass die Journey Map sozusagen auch den ganzen Content speichert und man da einfach mal ein bisschen scrollen kann, weil da ist nämlich der Meteorit. Also muss da auch irgendwo unser Zuhause sein. Oh, in Bali. Eine ganze Menge Bali. Einer Augenblick. Ich werde mal ganz kurz ein wenig Bali farmen. Weil ich es gerade hier so sehe. Und weil man aus Bali natürlich schön feines Brot macht. Und wenn man das machen kann, nehme ich das hier wunderbar eben dankbar mit. Wobei der Portalpunkt war ja nicht weg, ne? Im Nieder. Der Portalpunkt war ja noch da. Nur der hier ist weg. Aus der normalen Welt. Warum auch immer. Warum auch immer. Ah, guck mal hier. Da ist noch ein cooler Helm. Schwupps, den nehme ich nochmal mit. Da springe ich aber nicht rein in die Suppe. Denn die vergiftet einen nur unnötig. Das wollen wir dann doch lieber verhindern. So, ich habe ein bisschen Papier jetzt gefunden. Die Sache ist, ich könnte mir daraus theoretisch, hoch, theoretisch, drei Bücher bauen. Aus den drei Büchern könnte ich mir theoretisch ein Bookshelf bauen. Ah, ich habe bloß zwei Leder. Habe ich noch irgendwo anders Leder schon mal gefunden? Da muss ich jetzt echt gleich noch eine Kuh suchen. Das kann ja nicht sein. Ich muss auch eine Kuh suchen. Dann habe ich mir ein Bookshelf baue. Da werden wir ganz schnell, kurz ein wenig, äh, ein wenig, so, ein wenig Sormium. Habe ich genügend überhaupt? 16 sind da drin, wunderbar. Das reicht zum rausgießen. Ähm, da werden wir uns, da hinten habe ich glaube ich eine Kuh gesehen, werden wir uns ein Bookshelf bauen. Und ein Sormium-Starr, aber dann machen wir uns Sormium. Was soll's, oder? Ich denke, das, äh, das lohnt sich. Äh, ich denke mal, wir werden vielleicht auch noch ein bisschen im Livestream dann erst den Hammer zu Ende bauen können. Weil ich glaube, das reicht nicht für die heutige Folge. Aber ihr kennt das ja schon. Das heißt also, ihr seid mir nicht böse, wenn ich den dann im Livestream zu Ende baue. Ähm, weil ich heute ein bisschen spät auch dran bin. Ich wollte eigentlich gestern Abend noch ein bisschen vorbereiten, aber da war ich dann doch zu müde. Habe ich dann doch nicht mehr geschafft. Ansonsten hätte ich nämlich heute ein bisschen mehr Zeit gehabt. Aber naja, so ist das halt nun mal. So ist das halt nun mal. Man kann ja nicht immer alles planen. So, erstmal ein bisschen Iron. Ah, brauchen wir auch noch mehr von, ne? Wir müssen ja auch noch eine Forge bauen, fällt mir gerade auf. Die Tool Forge müssen wir noch verändern. Ich hoffe, das reicht alles. Ich hoffe, das reicht alles. So, wie klammern wir jetzt noch da drin? 14, das heißt, einmal kann ich mindestens noch. Und da müssen wir mal abwarten, dass die letzten beiden auch noch eingeschmolzen sind. Dann können wir es vielleicht noch einmal machen. Und dann mal den Rest. Ah, vielleicht reicht es noch. Vielleicht reicht es noch. Ich brauche zwei. Zwei extra brauche ich. Das sind fünf und vier macht genau neun. Ne, dann kriege ich genau... Oh, ich kriege genau die vier Blöcke, die ich für die Tool Forge hier bräuchte. Oh, haben wir noch ein bisschen Iron. Haben wir noch ein bisschen Iron. Das ist Ferris. Ah, wir haben hier noch einen Block auf Iron. Ah, nice, 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 nice. Wir haben genug, wir haben genug. Perfekt. Das heißt, ich kann mir auf jeden Fall den Stab schon mal machen. Auch wenn ich gesagt habe, ich wollte eigentlich weniger Somcroft machen und mehr was anderes. Hat sich doch ein wenig verändert, oder? Naja, was soll's. Was soll's. So ist das nun mal. Hm. Das Zuckerrohr könnte ich draußen auch noch mal eben schnell anpflanzen, glaube ich. Und daraus machen wir schon mal ein bisschen Brot. Damit wir ein bisschen wieder nachhaltiges Zuckerrohr hier auch haben. Ah, eins, zwei, drei. Ich hoffe, das wächst da jetzt relativ schnell und zügig. So, äh, das hätten wir, das hätten wir. Das kann da erstmal alles mit dazu. Dann haben wir, äh, Leder haben wir genug. Machen wir drei Bücher draus. Die drei Bücher hier hin. Das Ganze so rum. Haben wir den Bookshelf. Ah, ich hoffe, das zählt trotzdem auch, wenn es ein Natura-Bookshelf ist. Ah, Mann, das wäre jetzt echt bitter. Obwohl, die Bücher kriegen wir dann normalerweise wieder raus. Normalerweise, wenn man ihn jetzt zerschlägt. Ähm, ich brauche Iron, genau. Daraus brauchen wir Nuggets. Machen wir uns die Caps. Eins, zwei. Perfekt. Haben wir acht Nuggets, zwei über, aber was soll's. Und ein Ding mit den Caps sollte uns den Stab geben. Wunderbar. Das ist natürlich alles noch wunderbar so geblieben, wie es früher war. Und, ja, okay. Das sieht so danach aus. Ich hoffe, der zerspringt in seine Bücher. Ah, Glück gehabt. Perfekt. Dann müssen wir ihn halt mit normalem Holz bauen. Mit normalem Holz. Da mag er es doch nicht so wirklich. Und ich schätze mal, wir werden in der Livestream-Folge erstmal noch ein bisschen mit Songcraft rumarbeiten. Oh, jetzt findet er das Buch nicht. Ja, doch, findet er. Wunderbar. Ähm, etwas Songcraft. Songcraft und dann müssen wir Songmium. Das werden wir erforschen. Dann werden wir, äh, nee, erstmal Alumentium. Und dann müssen wir irgendwo hier auf Songmium, glaube ich, kommen oder so auf Songmium. Mal gucken. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen forschen gehen. Äh, ich glaube, Schatz habe ich auch schon. Vielleicht kann ich das noch einmal schnell bauen. Zwei Schatz. Wobei, ich glaube, ich nehme ja die Naturschatz. Davon haben wir ein bisschen mehr. Äh, Gold haben wir noch. Ich glaube, noch zwei Gold und ein Glas, ne? Ähm. Songcraft. Wo haben wir es denn? Äh. Oh. Ey, cool. Gibt es jetzt auch Ringe und sonstige Sachen. Ah, das ist nice. Ja, ich glaube, die kann man dann auch hier mit benutzen, ne? Ist das korrekt? Das müssten eigentlich die sein. Runic Shield. Ah, interessant. Das ist doch mal cool, wa? Kann man mehr Kapazität mitnehmen. Mh, sehr cool. Und ein Belt gibt es auch. Also sind doch ein paar lustige Sachen wahrscheinlich, wo es sich wieder mal lohnt, reinzugucken. Wo haben wir denn jetzt das, ähm, äh, äh, wo haben wir es dann jetzt? Bin ich jetzt gerade blind? Und siehe ich es jetzt einfach nicht. Da ist es. Sormometer, das habe ich gesucht. Und Glas, genau. Und zwei Gold. Okay. Ich hätte es einfach machen sollen. Das wäre ja viel schneller gegangen. So. Das einmal mitnehmen. Das haben wir hier rausgenommen. Dann können wir die Tool Forge. Können wir gleich noch bauen. Zwei Gold, bitteschön. Zack, haben wir auch. Dann werde ich, äh, werden wir gleich ein bisschen, äh, ein bisschen Sormkraft betreiben. Und, ähm, wenn wir das gemacht haben, dann, äh, das Sormium herstellen, uns einen Hammer herstellen. Und wenn wir den Hammer haben, dann, ähm, ja, dann werden wir mal gucken. Dann werden wir ein bisschen dicken gehen, wa? Würde ich sagen. Ein wenig dicken gehen. Ja, nice, unser Sormometer. Ja, das liebe ich doch. Guck mal, da haben wir zum Beispiel die Torch. Die haben wir schon, die haben wir schon erreicht. Theoretisch könnte ich noch die, die, den, den Research Table und so muss ich auch noch bauen. Aber das machen wir, wie gesagt, im Livestream. Wer den Livestream, äh, heute nicht angucken kann, macht nichts. Oder weil er sich vielleicht diese Folge erst später sieht. Der Livestream wird auf jeden Fall, weil natürlich auch etwas drin vorkommt, was wir irgendwie was bauen, wird natürlich auch auf YouTube dann landen. Und den könnt ihr euch dann anschließend natürlich an aller Ruhe dann auf YouTube angucken. Also, in diesem Sinne würde ich ganz einfach sagen, sehen wir uns hoffentlich im Livestream. Oder aber, äh, dann, äh, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erst einmal. Ciao, ciao.